Willkommen zu Resident Evil 5, der Eier-Trick. Ihr werdet einen Koop-Partner brauchen ansonsten geht es natürlich auch mit zwei Gamepads. Das wichtigste bei diesem Eier-Trick ist halt, dass es sich geändert hat mittlerweile. Also PS3 war noch Goldene Eier, jetzt sind es vergammelte Eier, die man klonen muss, um praktisch unendlich Geld zu haben. Und mit diesem Geld kann man dann halt Waffen kaufen und Waffen tunen. Man kann natürlich auch Waffen und Munition klonen, aber das ist dann natürlich nicht mehr so interessant. Ja, ein vergammeltes Eier reicht zum klonen erstmal. Das wird dann exponentiell hochgerechnet. Das heißt, wenn ihr ein Ei an euren Partner gebt, habt ihr dann zwei, vier, 16, 64 und so weiter. Also ein vergammeltes Ei finden und dann klonen. Das ist natürlich erstmal eine ziemlich langwierige Prozedur. Das heißt, wenn ihr jetzt 45 Eier habt, sprich 9 x 5 Eier, die euer Inventar komplett auffüllen, müsst ihr halt jedes Ei einzeln an euren Partner geben. Aber dafür ist auch jedes Ei 2000 Dollar wert oder N Dollar. Ich weiß nie wie viele Dollar, was auch immer. Das geht natürlich noch schneller, wenn man es direkt mit Kreis übergibt, anstatt uns in den Tar zu gehen und dann auch geben zu gehen. Ja, aus langer Weile haben ich und mein Partner hier uns ständig Befehl an den Kopf geworfen. Ja, deswegen habe ich das Audio auch lieber durch Musik ersetzt, weil es uns ziemlich schleßig geworden wäre zum Schiff anschauen. Das Wichtigste ist, wenn alle Eier übergeben sind, ihr, die die Eier übergebt, müsst Ausrüstung und Status nicht überschreiben und euer Partner muss aber Ausrüstung und Status überschreiben. Also ansonsten gehen die Eier verloren. So, voilà, Eier geklont. Das heißt, euer Partner hat jetzt auch 45 Eier. Das kann man dann halt beliebig oft wiederholen und jetzt nach 10 Runden haben wir dann 850 Eier gesammelt. Ich habe es jetzt mal abgekürzt. Normalerweise müssen diese Eier natürlich die Hälfte von eurem Partner dann noch übergeben werden, weil ihr bleibt ja bei 45 Eiern. Das heißt, euer Partner muss euch dann noch 375 Eier geben. Also jetzt einfach mal von 850 Eier rausgeben. Und am Schluss könnt ihr die Eier verkaufen, also nehmt nur einen Slot weg, egal wie viele Eier. Und ja, empfehlenswert ist natürlich dann 45 Eier übrig zu lassen, falls sie nochmal brauchen. Deswegen habe ich hier auch nur 375 Eier verkauft und 758.000 Dollar eingestrichen. Das war's auch schon. Viel Spaß und viel Glück! Das war's auch schon. Das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.